Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreative All. Heute gibt es eine Technik, eine Eklipsenkarte und wie das ganze funktioniert das zeige ich euch jetzt im Video bleibt einfach dran. Für meine Eklips Technik habe ich folgendes verwendet einmal die charmanten Gänseblümchen mit den Stanzformen, dann Lindgrün, Kupferbraun, Malve, Wilder Weizen und Boho Blau und das Band natürlich auch im Wilder Weizen Stil. . Gänseblümchen . . Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020